Hallo Andi. Moin. Fenster oder Gang? Auf jeden Fall Gang. Etagenbett, oben oder unten? Unten. Kaffee, schwarz oder mit Milch? Mit Milch. Worüber hast du dich das letzte Mal aufgeregt? Eben beim Autofahren. Dein Morgenritual? Aufstehen, Rückenübungen machen für die Stärkung des Rumpfs und dann waschen, Zähne putzen, arbeiten. E-Bike oder normales Bike? Normal. Deine Begrüßung im Laden am Telefon? Ja, hier ist der Andy Man vom Bikeshop. Carbon oder Alu? Sowohl als auch. Sram oder Shimano? Sowohl als auch, aber am liebsten Shimano. Wald oder Straße? Wald. Dein größtes Talent? Mein größtes Talent? Ich würde sagen, hineinversetzen in andere Menschen vielleicht. Dinge, die in deinem Kühlschrank nicht fehlen dürfen? Auf jeden Fall Jalapeno-Sauce, Limette und gekühltes Mineralwasser. Bester Song beim Radfahren? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Alles von Metallica. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Klamotten? Eng oder weit? Tja, da scheiden sich jetzt die Geister. Also auf dem Haartail auf jeden Fall eng anliegend und am besten irgendwie rosa oder pink und auf dem Fully natürlich weit. Bunt oder clean? Haartail clean, Fully gerne bunt. Schön Wetter oder ist das egal? Das ist mir sowas von egal. Bei was bist du absolut talentfrei? Schlitzschuh fahren. Kino oder Netflix? Open Air Kino. Lieblingsband? Metallica. Was sonst? Danke. Ja, bitte.